Deutsch lernen 50 Sätze mit dem Konnektor bis Teil 4 Bis zum Abendessen müssen wir den Einkauf erledigen. Ich werde mit dem Essen warten, bis alle Gäste da sind. Bis zum Ende des Tages müssen wir das Projekt abschließen. Der Urlaub dauert bis zum Ende der Woche. Bis zur Beendigung des Vortrags müssen wir aufmerksam zuhören. Die Theateraufführung geht bis zum letzten Akt. Bis zum nächsten Jahr werde ich meine Ausbildung abgeschlossen haben. Das Sonderangebot gilt bis zum Ausverkauf. Die Kinder spielen fröhlich bis zum Einbruch der Dunkelheit. Ich werde hier warten, bist du bereit bis zu gehen. Bis zum Ende des Films müssen wir Popcorn essen. Bis zur Ankunft der Polizei müssen wir den Tatort sichern. Der Kurs dauert bis zum Erhalt des Zertifikats. Bis zum nächsten Jahr möchte ich meine Ernährung umgestellt haben. Die Geschäfte haben bis zum Feierabend geöffnet. Bis zur Lösung des Rätsels müssen wir nachdenken. Ich werde den Kuchen backen, bis er goldbraun ist. Bis zum Ende der Woche müssen wir alle Aufgaben erledigen. Das Museum hat bis zum Abend geöffnet. Bis zum nächsten Jahr werde ich meine Schulden beglichen haben. Bitte warte hier, bis ich zurückkomme. Bis zum letzten Moment hoffte er auf einen Anruf. Die Party geht bis in die frühen Morgenstunden. Ich möchte gerne bis zum Sonnenuntergang am Strand bleiben. Der Zug fährt erst um 10 Uhr, bis dahin haben wir Zeit. Die Schule bleibt bis zum Ende des Monats geschlossen. Bis zum Erreichen des Gipfels müssen wir uns beeilen. Das Angebot gilt nur bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Jahr werde ich meine Ziele erreichen. Die Veranstaltung dauert bis Mitternacht. Bitte warte hier, bis ich dich abhole. Bis zum Ende des Jahres wollen wir das Projekt abgeschlossen haben. Die Kinder spielen im Garten, bis die Sonne untergeht. Ich bleibe bis zum Schluss der Veranstaltung. Bis zum Erreichen des Ziels müssen wir uns konzentrieren. Der Rabatt gilt nur bis zum Ende der Aktion. Bis zum Abflug des Flugzeugs müssen wir einchecken. Bitte liegt das Buch bis zum Ende, um die Geschichte zu verstehen. Die Ausstellung läuft bis zum Ende des Monats. Bis zur Fertigstellung des Bauprojekts werden noch Wochen vergehen. Der Arzttermin ist bis zum Nachmittag ausgebucht. Ich werde warten, bis du fertig bist. Bis zum Beginn des Rennens müssen wir uns aufwärmen. Die Straße ist bis zum 15. August wegen Bauarbeiten gesperrt. Bis zum letzten Moment hoffte er auf eine Chance. Bitte bleib sitzen, bis der Bus vollständig angehalten hat. Das Konzert dauert bis Mitternacht. Die Schule beginnt erst wieder in zwei Wochen, bis dahin haben die Schüler Ferien. Ich werde üben, bis ich es perfekt beherrsche. Bis zum nächsten Jahr werde ich meine Reise um die Welt geplant haben.